Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv. Die Pandemie der Ungeimpften, das ist ein Zitat aus dem November 2021 vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Heute beschäftigt es uns wieder. Warum? Wegen der RKI-Protokolle. Das sind Mitschriften aus den Konferenzen des Krisenstabs beim Robert-Koch-Institut während der Corona-Pandemie. Diese Protokolle sind fast 4000 Seiten lang und seit kurzem komplett öffentlich. Wie brisant ist der Inhalt und was sagen uns diese Protokolle über die Entscheidungsgrundlagen der Corona-Politik? Das klären wir heute. Ich bin Regina Steffens und das ist Shortcut. Bei mir im Studio ist Julia Merlot, die stellvertretende Leiterin des Ressorts Wissen beim Spiegel. Du hast dich seit Tag 1 mit der Pandemie beschäftigt und ich glaube, du befasst dich auch immer noch damit. Deshalb bist du hier. Hallo Julia. Hallo Regina. Ja, ewiges Thema. Ewiges Thema. Diese Protokolle, die jetzt öffentlich geworden sind, über die Umstände sprechen wir gleich noch. Die reichen vom Januar 2020 bis zum Juni 2023. Also ein Zeitraum, Pandemiezeit von dreieinhalb Jahren. Als du sie dir angeschaut hast, es ist ein bisschen so ein Relikt aus einer alten Zeit, oder? Ja, total. Also es war schon so eine kleine Zeitreise, kann man sagen, auch wenn wir Corona jetzt natürlich immer noch haben. Jetzt kürzlich stiegen die Zahlen auch nochmal. Aber es beschäftigt uns natürlich im Alltag überhaupt nicht mehr so, wie das noch zu Beginn der Fall war. Und ich habe mir gestern insbesondere das allererste Protokoll nochmal angeguckt aus dem Januar 2020. Und es ist eigentlich verrückt, wenn man sich nochmal in diese Zeit zurückversetzt. Also damals hatte das Virus seinen Namen noch nicht. Die Krankheit Covid-19 kannte man noch nicht. Hätte man Leute auf der Straße gefragt, hätten die einen wahrscheinlich nicht angeguckt, als wäre man ein Alien. Schnelltests gab es nicht. Also die haben damals darüber diskutiert, wie sie den ersten PCR-Test machen können. Und ja, drei Monate später waren wir im Lockdown. Also das zeigt eben auch nochmal, wie schnell sich gerade am Anfang alles verändert hat. Und man auch das Virus am Anfang so schlecht kannte, dass man es auch schlecht einschätzen konnte. Also da ging man einfach auch noch davon aus, dass Deutschland mit der hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht so arg betroffen sein wird und sich das Virus hier gar nicht ausbreitet. Und ein paar Monate später sah die Welt ganz anders aus. Wir wollen jetzt auf diese Protokolle genauer schauen. In den letzten Monaten haben sie auch schon immer wieder Schlagzeilen eigentlich gemacht. Also die Vorgeschichte ist, dass im Frühjahr diesen Jahres schon Teile veröffentlicht wurden. Die waren aber geschwärzt noch teilweise. Dann hat ein nicht ganz unumstrittenes Alternativmedium vor Gericht die Dokumente herausgeklagt. Jetzt hat eine Journalistin nochmal eine Version veröffentlicht, die überhaupt nicht geschwärzt ist. Das ist ohne Rücksicht auf Datenschutz, muss man dazu sagen. Also warum hat das RKI diese Protokolle, die ja die ganze Corona-Zeit dokumentieren aus RKI-Sicht, nicht längst selbst veröffentlicht? Ja, das war erstmal eine Verschlusssache, was man auch verstehen kann, weil das natürlich interne Debatten waren. Also die Leute, die da mit debattiert haben, konnten jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass das später öffentlich wird. Und natürlich wurden auch interne Dinge besprochen. Gerade deshalb sind die Protokolle jetzt ja auch so interessant. Und genau, dann kam jetzt eben diese Klage. Und das RKI hat dann erstmal wirklich sehr stark geschwärzte Protokolle rausgegeben. Auch bevor die Klage überhaupt entschieden wurde. Und hat sich damit aber nicht unbedingt einen Gefallen getan. Also diese Schwärzungen laden natürlich dazu ein, da Dinge rein zu interpretieren. Nachdem das dann draußen war, wurde erstmal sehr, sehr stark vor allem über eine Stelle diskutiert. Da ging es tatsächlich um den Lockdown. Also da hat das RKI die Risikostufe kurz vorher erhöht. Und daraufhin hat die Politik eben entschieden, den Lockdown zu verhängen. Und die Frage war, wer hat die Entscheidung getroffen, dass diese Risikostufe erhöht wird? Die Person war geschwärzt. Und das hat natürlich direkt für Diskussionen gesorgt, weil einige vermutet haben, dass möglicherweise das aus der Politik kam. Also dass vielleicht Jens Spahn gesagt hat, hier erhöht doch mal die Risikostufe, dann können wir unseren Lockdown damit rechtfertigen. Inzwischen, das RKI hat dann später nochmal nachgelegt, ein bisschen weniger geschwärzte Dokumente rausgegeben. Jetzt wissen wir, das war damals der stellvertretende Leiter des RKI. Also es hat sich dann aufgelöst. Aber durch die Schwärzungen hat das RKI im Grunde dazu eingeladen, da vielleicht auch ein paar Verschwörungsmythen in die Welt zu setzen. Und jetzt geht das Ganze eben nochmal in eine neue Runde, weil jetzt die gesamten Protokolle, also wirklich sämtliche Unterlagen ohne jegliche Schwärzungen auf dem Markt sind. Wir wollen jetzt auch nochmal ein bisschen genauer auf das Robert-Koch-Institut schauen, kurz RKI. Es ist eine Einrichtung des Staates, angebunden an das Bundesgesundheitsministerium. Etwa 1500 Leute arbeiten beim RKI, ihre zentralen Aufgaben, Krankheiten erkennen, bekämpfen und überwachen. Zu den Krankheiten gehören zum Beispiel HIV, Krebs oder eben auch Covid-19. Am Anfang der Pandemie im März 2020 gründet das RKI einen Corona-Krisenstab aus einer Gruppe von Fachleuten. Die treffen sich schon ab Mitte Januar zu regelmäßigen Lagesitzungen. Da kommen mehrfach in der Woche in der Hochphase sogar täglich schon mal über 30 Expertinnen und Experten aus den RKI-Fachgruppen zusammen. Sie diskutieren über Studien, Infektionszahlen und Impfstoffe. Dann gibt dieser Stab Empfehlungen, keine Anweisungen an die Bundesregierung weiter. Im März 2020 zum Beispiel hat das RKI das Infektionsrisiko bei Großveranstaltungen geprüft. Kurz danach ordnen die Bundesregierung unter Angela Merkel und die Ministerpräsidentenkonferenz an, große Events abzusagen. Der RKI-Krisenstab hat seine Arbeit vor einem Jahr beendet. Und seitdem dreht sich die öffentliche Diskussion um eine Aufarbeitung. Und für die wäre es ja nicht schlecht, die Sitzungsprotokolle des Krisenstabs zu kennen. Denn die helfen zu verstehen, wie die Maßnahmen in der Corona-Zeit eigentlich begründet wurden. Julia, jetzt sind die Protokolle ungeschwärzt eben da. Wie viel Neues steht da eigentlich drin? Was bahnbrechendes, etwas, das dich total erschüttert hat? Also als allererstes bin ich eigentlich vor allem beruhigt nach allem, was ich gesehen habe. Weil man in den Protokollen eben nachvollziehen kann, wie diskutiert wurde. Das sind zwar keine Wortlautprotokolle, aber man sieht eben oder man kann nachlesen, über was die Experten diskutiert haben. Auch, dass sie unterschiedliche Meinungen ausgetauscht haben. Dass sie sich immer wieder mit der öffentlichen Debatte auseinandergesetzt haben. Mit dem, was neu dazukam, neue Themen besprochen haben. Und eigentlich ist ja das genau das, was man sich wünscht von so einer Gruppe, dass sie eben offen diskutiert über das, was da passiert. Und diese ja sehr schnelle Entwicklung in vielen Zeiten möglichst eng verfolgt. Und das hat tatsächlich stattgefunden. Das finde ich erst mal gut. Es sind natürlich Fehler passiert. Einfach, weil man Dinge noch nicht wusste. Deshalb ist es eben auch so wichtig, sich diese Dinge immer im Kontext anzugucken. Und es sind auch schon ein paar Stellen dabei, wo man sich fragt, ob das Gesundheitsministerium nicht doch zu viel Einfluss genommen hat aufs RKI. Beziehungsweise erwecken die Protokolle den Eindruck, als hätte das Gesundheitsministerium zumindest an ein paar Stellen versucht, Einfluss zu nehmen. Über diesen möglichen Einfluss möchte ich gleich noch mit dir sprechen. Jetzt schauen wir erst mal auf ein Zitat, das groß die Runde gemacht hat. Die Pandemie der Ungeimpften. Das kommt von Jens Spahn aus dem November 2021. Hat er in der Bundespressekonferenz gesagt, einige Politiker haben es auch übernommen. Wir beim Spiegel haben diese Formulierung auch in einigen Texten genutzt. Was steht jetzt zu dieser angeblichen Pandemie der Ungeimpften in den Protokollen? Warum war es ein Aufreger? Man kann das Zitat ja so verstehen, dass er den Ungeimpften die Schuld gibt für die Ausbreitung des Virus, dass sie alleine daran schuld gewesen wären. Und das stimmt in dieser Absolutheit eben einfach nicht. Also man wusste schon, als er das gesagt hat im November 2021, dass die Impfung zwar einen gewissen Schutz vor Infektionen erstmal bietet, der nimmt dann aber ab mit der Zeit. Also je länger die Impfung her ist, desto weniger Schutz hat man. Heißt auch, Geimpfte können das Virus durchaus weitergeben. Ungeimpfte tun das in höherem Maße, aber eben auch die Geimpften tragen zur Ausbreitung bei. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, das ist der Punkt Krankenhäuser. November 2021 hatte man wirklich sehr, sehr große Sorge, dass die Kliniken über den Winter überlastet werden könnten. Schon damals waren viele wirklich am Limit. Und da ist es natürlich schon so, dass die Geimpften ein viel, viel geringeres Risiko haben, in einer Klinik stationär aufgenommen werden zu müssen und insbesondere auf einer Intensivstation behandelt werden zu müssen, weil gerade dafür schützt die Impfung ja so gut. Heißt, in dem Bereich hat man das schon so, dass das Ungeimpfte einen viel größeren Einfluss hatten auf diese Belastung, aber eben auch nicht ausschließlich. Heißt in dieser Absolutheit, die Ungeimpften waren schuld an der Pandemie, kann man es nicht sagen. Und in dem Protokoll kann man dann auch nachverfolgen, warum sich die RKI-Fachleute da so mit auseinandergesetzt haben. Die haben nämlich gesagt, das ist nicht korrekt. Also die haben das genau so beschrieben. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt steht in den Protokollen. Genau, Pandemie der Ungeimpften ist aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Und wenn man weiterliest, erkennt man aber auch, warum ihnen das so wichtig war. Nämlich nicht unbedingt, um zu sagen, hey, ihr Ungeimpften, ihr seid alle kein Problem, was jetzt in manchen Kreisen korportiert wird, sondern es ging vielmehr darum, die Geimpften auch weiterhin mit in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, naja, hey, ihr gebt das Virus trotzdem noch weiter und ihr müsst euch eben auch weiter an die Regeln halten und darauf achten, dass ihr lüftet, dass ihr euch die Hände wascht, dass ihr, wenn möglich, euch nicht in großen Gruppen in Innenräumen trefft. All diese Dinge erschienen dem RKI eben wichtig noch mal zu betonen. Und das taucht dann auch in dem Lagebericht auf, also in dem offiziellen Dokument, das das RKI dann kurz nach dieser Debatte rausgegeben hat. Also das RKI hat durchaus darauf hingewiesen, dass es nicht nur eine Pandemie der Ungeimpften ist. In dem Dokument, also in dem Protokoll, was wir jetzt hier einsehen können, diskutieren die aber kurz, ob sie das korrigieren sollen. Also ob sie Spahn darauf hinweisen sollten, dass er das vielleicht besser nicht mehr sagt, entscheiden sich aber dagegen. Warum? Das ist nicht so klar, warum. Es ist auch nicht klar, ob sie vielleicht nicht doch an anderer Stelle das noch angesprochen haben. Also zumindest haben sie es ja indirett getan mit dem Lagebericht, den sie dann veröffentlicht haben. Aber die Schlagzeilen, die jetzt daraus gemacht wurden, waren eben unter anderem von BILD Corona-Experten, wussten, die Regierung lügt und schwiegen. Also das wird jetzt eben daraus gestrickt. Also es war durchaus so, dass in der öffentlichen Debatte genau das Thema war. Und unter anderem Christian Brosten hat sich da sehr, sehr klar positioniert und gesagt, hey, das ist falsch, das so zu sagen. Das trifft nicht zu. Und er hält das auch für einen Fehler, es so zu sagen. Also klar, man kann sagen, das RKI hätte da womöglich noch direkter sein müssen. Aber dass das damals eine unumstrittene Aussage war, stimmt einfach auch nicht. In den Protokollen, eben hast du es schon angesprochen, sind auch einige Stellen, die den Anschein erwecken, okay, das Bundesgesundheitsministerium will hier vielleicht irgendwie Einfluss nehmen auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des RKI aus diesem Krisenstab. Ein Beispiel ist aus dem April 2022. Da beschließen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, dass man sich nach einem positiven Testergebnis isolieren soll. Und Zitat aus den Protokollen, das Bundesgesundheitsministerium habe sich vom RKI eine wissenschaftliche Nachlieferung, Argumentation, bei Festlegung auf bestimmte Anzahl an Isolation, Erwartung fünf Tage, gewünscht. Und das RKI vermerkt dazu noch, es soll kein Präzedenzfall werden, dass politische Vorgaben nachträglich wissenschaftlich begründet würden. Hm, klingt irgendwie nicht so gut, nachträglich begründet werden. Nee, ist es auch nicht. Ich finde tatsächlich, das ist eine der Stellen, die wirklich brisant sind in diesen Protokollen, weil das natürlich entgegen jeglicher wissenschaftlicher Freiheit erst mal ist, zu sagen, begründet uns das mal nachträglich, weil das ja das Ergebnis schon vorweg nimmt. Also da sagt man ja nicht, prüft es mal offen und sagt uns dann, zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid, sondern es ist eben ganz klar, hier, wir haben schon eine Entscheidung getroffen und jetzt liefert uns mal die passenden Argumente. Und das kann es natürlich eigentlich nicht sein. Man sieht dann auch in dem Protokoll, dass sich das RKI eben wehrt und dass sie sehr klar sagen, so eine Einflussnahme finden sie total problematisch. Aber es hat offenbar den Versuch gegeben, also die schlängeln sich dann laut dem Protokoll da so ein bisschen drumherum und sagen, sie werden weiterhin ihre Kritikpunkte zu Protokoll geben oder veröffentlichen. Also sie halten sich dann da nicht so richtig dran, dass sie dann nur noch auf Gesundheitsministeriumslinie kommunizieren. Aber offenbar hat man da versucht, aus der Politik das RKI dazu zu bringen, eine schon getroffene Entscheidung noch mal rückwirkend zu validieren. Das ist ein Beispiel. Gab es noch mehrere oder kann man so ein Gesamtbild irgendwie zeichnen? Es gab viele Einflussnahme oder Versuche der Einflussnahme oder es waren Einzelbeispiele? Einen richtig großen Überblick zu liefern, ist noch schwierig, weil das einfach so viele Seiten sind und sicher noch nicht alle alles im Detail gelesen haben. Aber es gibt mindestens noch ein zweites Beispiel. Da geht es um die Frage des Freitestens. Und da wird deutlich, dass es offenbar eine ministerielle Weisung vom Bundesgesundheitsministerium gab, dass man nach fünf Tagen sich freitesten lassen können soll. Und das RKI war damit offenbar nicht so wirklich einverstanden. Die haben dann noch darauf hingewiesen, dass mehrere Tests eigentlich notwendig wären, um wirklich sicher zu gehen. Aber der Minister hat da offenbar wirklich versucht, Einfluss zu nehmen auf ein RKI-Dokument und es zu verändern. Und dann schreibt das RKI eben auch dazu, eine derartige Einflussnahme seitens des BMG ist in RKI-Dokumenten ungewöhnlich. Und die Weisungsbefugnis des Ministers bei technischen Dokumenten wird rechtlich geprüft. Was ich dann interessant finde, ist, dass auch protokolliert ist, dass wohl die Leitung des RKI zu dem Zeitpunkt tatsächlich davon ausging, dass das Ministerium das darf. Also die haben gesagt, die wissenschaftliche Unabhängigkeit des RKI von der Politik ist insofern eingeschränkt, weil die Politik oder das Gesundheitsministerium eben weisungsbefugt ist dem RKI gegenüber. Aber das finde ich wirklich brisant, weil das eine ist ja, dass das Gesundheitsministerium dem RKI vorgeben darf, mit welchen Themen es sich zum Beispiel beschäftigt. Also dass es sagen kann, Leute, wir haben ein neues Virus, bitte kümmert euch darum. Und das RKI tut das dann im Sinne wissenschaftlicher Analysen. Und das andere ist, dass der Gesundheitsminister die Ergebnisse vorgibt. Also an dem Punkt stellt man sich ja die Frage, wozu braucht man dann, also wenn das in größerem Stil stattfindet, wozu braucht man dann eine Behörde, die eigentlich wissenschaftliche Grundlagen liefern soll. Ja, es gilt zumindest für diesen Fall Isolation nach Testergebnis. Jan Spahn hat dieses Zitat ja gesagt, mit den Pandemie der Ungeimpften. Es gibt noch eins von ihm, wir werden einander viel verzeihen müssen. Ich hatte auch sein Buch genannt, das er über die Corona-Pandemie geschrieben hat. Wollen wir vielleicht als nächstes darauf schauen, was eigentlich die Learnings sind aus diesen Protokollen und aus dieser Zeit? Unbedingt. Bleiben wir noch ganz kurz bei Jan Spahn, weil sich ja auch die Kritik jetzt stark an ihn richtet. Wie hat er auf den Vorwurf dieser möglichen Einflussnahme reagiert? Also es ging jetzt erst mal gar nicht so sehr um den Vorwurf der Einflussnahme, sondern vor allem um dieses Zitat mit der Pandemie der Ungeimpften. Und das hat er über einen Sprecher zurückweisen lassen und war der Ansicht, dass es konstruiert sei. Also er verweist eben auch darauf, dass schwere Krankheitsfälle vor allem durch die Ungeimpften zustande kamen und rechtfertigt damit eben die Aussage und sieht keinen Widerspruch zu den RKI-Aussagen. Es ist so, dass die Ungeimpften stärker beigetragen haben als die Geimpften, aber eben nicht ausschließlich. Und dieses Zitat ist insofern eine starke Zuspitzung. Man kann jetzt lange darüber streiten, ob ein Politiker das darf, das so zuzuspitzen. Aus fachlicher Sicht ist es aber eben nicht korrekt. Nicht ganz korrekt. Hat er sich denn dafür entschuldigt oder irgendwie gesagt, er bereut das? Weil wenn wir uns in diese wirklich krass polarisierte Zeit zurückversetzen, hat das ja viele Menschen, die sich eben nicht impfen lassen wollten, echt hart getroffen. Also nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Die Fehlerkultur ist da jetzt nicht so richtig vorhanden, merke ich daraus. Also könnte man die irgendwie verbessern? Ja, es gibt ja viele Diskussionen, jetzt nochmal so ein Aufarbeitungsgremium einzusetzen. Allerdings ist die Bundesregierung sich jetzt auch nicht einig, wie das dann aussehen soll. Die SPD hat andere Vorstellungen als die FDP. Und im Moment sieht es so aus, als könnte sich das Ganze auch komplett in Luft auflösen. Ich finde, man muss bei der Frage der Aufarbeitung ein bisschen im Kopf haben, wozu will man das machen? Weil wenn man natürlich schaut, was ist falsch gelaufen und was können wir künftig daraus lernen, dann finde ich das total sinnvoll. Und eben auch, wenn man sich wirklich anguckt, was strukturell möglicherweise problematisch ist, Stichwort mögliche Einflussnahme, versuchte Einflussnahme seitens des Gesundheitsministeriums auf die Entscheidungen des RKIs. Da fände ich es dann schon wirklich wichtig, dass da nochmal drauf geguckt wird. Wenn man jetzt so eine reine Fingerzeig-Vorwurfsnummer daraus macht, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist. Also natürlich muss man, wenn wirklich Fehler passiert sind, die ansprechen. Aber ob man jetzt jede Aussage in einem internen Protokoll auf die Goldwaage legen muss, aus der dann nachher nichts gefolgt ist oder die nachher zu einer anderen offiziellen Haltung geführt hat, ist die Frage. Aber natürlich so eine Aufarbeitung mit, okay, was haben wir jetzt gelernt über den Umgang mit Intensivstationen oder so auf so einer fachlichen Ebene, würde es sich ja auf jeden Fall anbieten. Und wenn die Ampel sich jetzt darüber wieder irgendwie in die Haare bekommt, wäre eigentlich schade, weil meiner Meinung nach ist die Aufarbeitung total wichtig. Wenn wir bei den Protokollen nochmal bleiben, die ja angelegt wurden, natürlich um zu dokumentieren, aber vielleicht auch, um im Nachhinein Schlüsse ziehen zu können. Wie ist es beim RKI? Wie befassen Sie sich gerade mit einer Aufarbeitung? Was machen die jetzt? Also die sind gerade vor allem erstmal damit beschäftigt, die Dokumente, die sie bislang noch nicht offiziell rausgegeben haben, die wir jetzt ja aber schon kennen, nochmal zu überprüfen und die dann auch datenrechtskonform nochmal auf den Markt zu bringen. Inwiefern intern das auch nochmal aufgearbeitet wird, ist nicht so ganz klar. Wichtig ist aber auch, dass nicht nur die Protokolle ja wichtig sind für die Aufarbeitung. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Keine Frage. Es gab aber auch noch einen zweiten Krisenstab, nämlich einen Krisenstab der Bundesregierung. Von dem gibt es auch nochmal Protokolle. Da wurde kürzlich auch was geleakt. Also es ist sehr komplex. Und natürlich kann man auch anhand der Lageberichte und anhand dessen, wie kommuniziert wurde, was die Politik entschieden hat, schon ganz viel analysieren. Also das hat so verschiedene Ebenen und ganz viele verschiedene Informationsstufen. Ja, also das habe ich richtig verstanden, dass RKI will jetzt diese Protokolle nochmal veröffentlichen, obwohl sie schon komplett öffentlich mit allen Namen sind, aber nochmal dann mögliche Schwärzungen bei Datenschutz-kritischen Punkten machen. Also daran arbeiten Sie gerade. Daran arbeiten Sie gerade. Also das haben Sie schon angefangen, bevor jetzt diese Dokumente rauskamen, die ja alles offenlegen. Insofern kann man Ihnen das nicht zum Vorwurf machen, dass Sie das jetzt angefangen haben. Sie wussten ja noch nicht, dass dieser Leak kommt. Aber Sie arbeiten da dran und Sie müssen eben da allen Drittbeteiligten, also allen Leuten, die außerhalb des RKI in diesen Sitzungen waren, einen Monat lang die Möglichkeit geben, Stellung zu beziehen, sodass Sie sicher sein können, dass Sie es dann rausgeben können. Und das kostet eben Zeit. Nun ist es auch schon ein bisschen her, dass Sie damit angefangen haben, aber manchmal merkt man dann eben doch, dass das RKI eine Behörde ist und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen länger braucht. Ja. Julia, zum Ende unserer Folge machen wir noch kurz einen Schnellcheck. Also warum wird jetzt über die sogenannten RKI-Files gesprochen? Über die RKI-Files wird gesprochen, weil es einen Leak gab. Also es wurden sämtliche Dokumente rausgegeben, ungeschwärzt, die man aus dieser Zeit hatte und da stehen eben ein paar interessante Sachen drin und manche Sachen werden auch aufgebauscht und ja, jetzt haben wir aber die Möglichkeit, eben alle wirklich selber reinzugucken, was damals besprochen wurde. Und was steht Belastendes drin? Belastendes steht vor allem drin, dass es an ein paar Stellen so aussieht, als hätte das Gesundheitsministerium zumindest versucht, die Einschätzung des RKI zu beeinflussen, was sehr problematisch ist aus meiner Sicht. Und unterm Strich die sogenannten RKI-Files, die Aufregung um sie, ist die gerechtfertigt? Generell würde ich sagen nein. Es wird wirklich viel aufgebauscht. Ich finde insgesamt, es ist beruhigend zu sehen, wie da diskutiert wurde, wie man versucht hat, immer auf dem Stand der Dinge zu bleiben. Aber es gibt eben diese zwei, drei Punkte, wo es gut wäre, doch nochmal zu klären, was da eigentlich wirklich Sache war. Danke, soweit der Schnellcheck. Wenn euch Shortcut gefällt, dann hinterlasst uns doch sehr gerne eine Bewertung, da würden wir uns sehr drüber freuen, oder auch ein Abo. Julia, ganz vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Expertise und dass du heute bei uns hier im Studio warst. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.